Das Geräusch, das durch die Flure halte, war ein unverwechselbares. Das Klacken von bleichstiftenden Absätzen. Jeder Mensch in diesen Fluren wich meinen Blick aus. Fast schon könnte man das Gefühl bekommen, die Leute würden sich panisch an die Wand drücken, um bloß nicht im Weg zu stehen. Aber ich wusste, dass dem nicht so war. Die Leute bewegten sich bereits zur Seite, wenn das erste Klacken von den Wänden wiederhalte. Es gab also keinen Grund zur Panik, wenn man nur gut vorbereitet war. Lincoln öffnete mir die Tür, wie sie es immer tat. Und auch sie hielt den Blick gesenkt, obwohl ich sie mehr schätzte als die meisten anderen meiner Mitarbeiterinnen. Die Reste der Wärme hafteten noch auf meiner Haut und begleiteten mich hinaus in den schneeerfüllten Wind. Vier Schritte bloß, dann verschwand ich in der dunklen Limousine. »Bullwalk«, sagte ich. »Ma'am?« Die Fahrerin hinter der getönten, halb hinabgelassenen Scheibe, die uns beide voneinander trennte und die Hierarchie zwischen uns in Glas verdeutlichte, drehte sich halb zu mir um. Nicht weit genug, um mich tatsächlich im hinteren Teil des Wagens zu sehen, aber weit genug, um die Frage mit ihrer Mimik zu unterstreichen. »Wir wollen es beide nicht, Bright«, sagte ich seufzend. »Aber ich fürchte, sie haben sich nicht verhört.« Die Fahrerin nickte nur knapp, drehte sich wieder nach vorne und startete den Motor. »Wie Sie wünschen, Ma'am. Dann also Bullwalk.« »Bullwalk«. Die Unzufriedenheit zog meine Mundwinkel nach unten, während ich mein Aussehen im Handspiegel überprüfte. »Bullwalk«. Es war ein Mann, der hinter diesem Namen und diesem Unternehmen stand. Ein letzter Konkurrent, der nach all den Jahren noch übrig geblieben war. Aber ich wurde ihn einfach nicht los. Und jetzt bat er mich zu sich. Ich hatte mir vorgestellt, wie er überraschtes Gesicht verzogen hatte, als ihn sein Sekretär an den Eintrag in seinem Kalender erinnert hatte. Meeting mit Keiva Fortress. Ich war die Frau, die in einem Raum voller Männer einen sexistischen Witz machen konnte, ohne dass einer von ihnen auch nur mit den Mundwinken zuckte, die sich vollständig entkleiden könnte, ohne dass auch nur einer von ihnen einen Blick wagen würde. Das war es, was ich mir über Jahre erarbeitet hatte. Respekt. Einen derartigen Respekt, den Geschäftsführer normalerweise nur anderen Männern entgegenbrachten. Und das auch nur ohne darüber nachzudenken, dass es einen Unterschied gab. Und so stellte ich mir statt der Überraschung in Bullwarks Gesicht lieber Furcht vor, wenn ich ehrlich war. Aber Ryan Bullwark war zu arrogant, um derartige Emotionen äußerlich zu zeigen. Innerlich aber, das hoffte ich, war er zusammengezuckt, als er meinen Namen gelesen hatte, war ans Fenster getreten und hatte über die Dächer der Stadt zum Fortress Tower hinüber gestarrt, voller Furcht. Wahrscheinlich war er allerdings selbst für innerliche Emotionen ein zu großer Egozentriker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017